Ahoi Leute, herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir sind hier langsam im Endspurt. Wir haben schon 90% und sind jetzt auf der Suche gerade hier wieder nach Barbara, die dann die Daten von dem Server hoffentlich ausgewählt hat, damit wir wissen, wo wir Gordon finden müssen, um ihn da wieder schnellstmöglich zu retten. Das wäre natürlich jetzt echt blöd, wenn wir Barbara wieder an unserer Seite haben und jetzt passiert Gordon irgendwas, das wollen wir ja nicht. Und da bin ich mal gespannt, was die Gute so herausgefunden hat. Ja. Aber... Klasse, du bist hier. Scarecrow's Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Was war das? Erger. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da schon wieder kommt. Wir machen wirklich keine fünf Minuten mal Ruhe, um hier irgendwas zu tun. Aber ich tippe mal auf den Arkham Knight jetzt. Ich bin gespannt. Oh, dieses verdammte GCPD ist so undurchsichtig, ne? Okay, da. Zum Glück sind die extra Chill, das ist jetzt würde ich nie wieder rausfinden. Okay. Wo sind die Sorbetten wie hin? Alter. Soll ich die jetzt alle fighten? Oh, nö, ne? Oh, wie klingt das nochmal alles? Warte mal. So. Gut, dann musste ich die irgendwie erden, damit die nicht mehr so mich schocken können. Oh, verdammt. Okay. Warte mal. Wie ging denn das? Ah, nein. Wie ging denn das? Kann ich mich alle plattballern? Aha. Ja, warum mache ich das nicht gleich so? Okay, aber jetzt muss ich denen hinterher. Oh, da komme ich mir im Bett wirklich rein. Oh. 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 Zwei- und Dreieck. Zwei- und Dreieck. Und den träumt. Oh. Ach, Kerle jetzt. Nervt mich nicht. Ah, genau so ging das. Ah, genau so ging das. Was ist das? Oh ja, cool. Das war schon der letzte. Müssen wir jetzt weiter hierbleiben, oder? Oder? Ähm. Können wir jetzt hier raus? Nee. Okay, gut. Ähm. Wo muss ich hin? Ah, da oben ist ein Windenhaken. Da müssen wir bestimmt dran. Oh. Kleine Links-Rechts-Schwäche. So. Jawohl. Jetzt einmal da hoch wahrscheinlich und dann... Oh, Gottes Glücke. Steuerung. Ich will mich gerade richtig treuen. Und jetzt, dass du sie alle zum Tode verdammt. Die wären ohne mich so oder so dran gewesen. Ich könnte froh sein, dass wir die überhaupt wetten. Und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen. und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Ich verstehe auch nicht, warum der Joker uns die ganze Zeit einreden will, dass wir an irgendwas schuld sind. Wir sind an nichts schuld. Wir retten die doch sogar nur. Ah, wenn der alte Jimbo das nur sehen will. Alter. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem, Leute. Oh shit. Scheiße. Scheiße. Ich sehe mich jetzt nicht. Ich bin richtig am Arsch. Hey, hast du nicht drüben genug C4? Wir sollen die Generator und Anstatt nicht zum Mord schießen. Wir werden dir kein Risiko eingehen. Wir stürmen das gewöhnliche Umstände. Wie er ist befugt. Nein, die haben keine Waffen. Oh, Alter, sind das viele. Hallo. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Oh mein Gott. Aber ehrlich gesagt sind mir diese Kämpfer viel lieber als die Drohnenkämpfe. Komm her, du. Oh Mann. Das ist mir gut. Nein. 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 Oh ja, ich weiß. Komm her, Junge. Ich finde das immer so cool, wie er die Dinger abreißt. Das haben wir echt gut gemacht. Au. Nein. 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 Ah, nein, nein. Oh, Musiker richtig konzentrieren. Ich sehe das auch alles so schlecht. Oh, nein, nein, nein. Dadurch, dass dieses Licht hier als so rumschwirrt, das irritiert mich total. So, jetzt aber. Jetzt kriegst du richtig hier. Oh, Gott sei Dank. Oh, meine Augen tun so richtig weh von diesem blöden Licht. Gott sei Dank. Ja, ach, da ist er. Der ist jetzt bestimmt auch kaputt bei unserem Glück. Hä, hab ich irgendwas getan? Was soll ich denn tun? Hä? Ist er jetzt an? Da muss ich alle treffen. Äh. Oder öfter? Oder öfter? Wenn er blinkt, also muss er eigentlich an sein. Ah, ich muss alle treffen. Okay. Würdest du bitte die Mitte treffen? Danke. Oracle, der Notfallgenerator ist in Betrieb. Gut. Holen wir dich da mal raus. Begib dich zum Wagen. Ich werde... Was? Unmöglich! Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut. Bereite dich auf einen Kampf vor. Das ist ja richtig der Computerfreak, ey. Was die alles so drauf hat. Die Barbara. Und die wären wir jetzt völlig am Arsch. Weil die Drohnen, die würde ich wahrscheinlich auch mit meinem Bett nicht alle platt kriegen. Ich hoffe, das klappt auch. Und so wird das ein richtig haariger Kampf. Aber wir werden sehen. Ah, ich habe keine Lust. Muss ja. Oh, shit. Geht ja schon gut los. Oh, da ist auch noch ein Hubschrauber. Nummer 1 ist weg. Das ist noch einer. Gott sei Dank. Okay. Oh, cool. Dafür büßt ihr. Nice. Warum konnte das Barbara nicht schon früher? Oh, diese verdammten Flugzeuge. Oh, diese verdammten Flugzeuge. Du kannst den Panzer jetzt hochjagen. Ja, ja. Gleich, gleich. Alles gut. Easy. Wo ist er? Wo ist er? Oh, nein, das ist schon wieder so eine blöde. Oh, ich hasse diese ferngesteuerten Raketen. Die sind mega nervig. Oh. Alter. So, wo hat sie denn jetzt schon wieder? Ja, ja, ja. Oh, ich mache eine Scheiße hier. Drohne erledigt. Sehr gut. Wir müssen den Heck schieken. Das ist alles aus. Es hat sich nichts geändert, Sargent. Machen Sie dieses Gebäude dem Erden vergleichen. Und der Sieg ist unser. Gar nicht so schwer. Schön, dass du das so findest, aber ich habe hier ganz schön Probleme. Ohne diesen Heck wäre ich jetzt richtig am Arsch, Leute, ne? Oh, ist das anstrengend. Wie viele sind denn noch? Sieben Stück noch. Status kritisch, warte auf Befehle. Es ist Zeit, schicken Sie sie los. Ah, da hinten. So. Da ist noch einer. Dann war es das, glaube ich. Oh, wie viel kann die denn einstecken, diese verdammte dreckige Dreckdrohne? Eine noch. Was ist das? Jaii. Oh Gott, sie hat uns so gerettet. Alle Drohnen zerstört. Geschafft. Nein, Moment. Scarecrow hat die Infantrie auf dem Dach abgesetzt. Sie versuchen die Sicherheitsverriegung zu umgehen. Ich kann sie aufhalten, aber nicht lange. Batman, ich habe die Kontrolle über die Sicherheitsversorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Ja, schön, dass es dir Köder sein darf. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Was zur Hölle treibst du? So, wo soll ich die jetzt hinlocken? Was soll ich tun? Die verschlossen. Sie hat doch gesagt, sie will die ausschalten. Warum tut sie es denn jetzt nicht? Ich raff es nicht. Wahrscheinlich war ich wieder irgendwas falsch, aber egal. Achso, ich kann die hier immer vor die blauen Sachen dann vorhauen. Jetzt kann ich sie vor die Rohre hauen. Ah, cool. Was? Wo wer wie? Oh, das sind ja eh nicht mehr viele. Komm, die kriegen wir auch noch. Los! Ich hasse diese Dinger mit den Schilden, ey. Die sind so mega nervig. Oh, verdammt. Oh, was ist... Wo, 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 wo? Oh, lass das. Oh, jetzt noch die Schwertfudeln hier dazwischen. Das ist so geil. Ja, ich weiß, ich weiß. Komm, nimm das und das und das. Und Ruhe. Welcher Zaunmädchen? Keine Ahnung, was sie meint. Wahrscheinlich bin ich immer nur wieder so blöd und sehe es nicht. Weil gerade eben hat es immer blau geleuchtet, aber jetzt passiert irgendwie nichts mehr. Ah, ich will jetzt nicht sterben, ey. Weil mein Leben sieht schon irgendwie nicht so gut aus. Ah, oh, gedotscht. Glück gehabt. So. Ich hoffe, nach denen kommen keine mehr. Sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder volles Leben, sonst habe ich ein Problem. Okay, ich bin am Arsch. Wagenst du dich, wo ist der? Oh, nee. Ach, Mann, das sind schon wieder zwei. Lass das. Mann, oh, ich muss jetzt wieder Belebungshilies. Und laufen jetzt schon drei von da rum. Oh, das war es doch schon wieder. Ich bin tot. Einer ist noch irgendwo da. Das ist doch übrigens immer noch nicht, welchen Zaun sie meint. Oh, da unten. Nein. Geh weg. Hey, was war denn das? Oh, nee. Der ist schon unter... Oh, unter Strom, der Idiot. Oh, Alter. Alles klar. Oh, das ist gerade übel. Ich hoffe, ich muss jetzt nur noch die letzten ausschalten, damit ich nicht nochmal alles machen muss. Aber ich habe das echt nicht gesehen, dass das ganze... Dieses blaue Gitter da die ganze Zeit geleuchtet hat. Ist ja blöd. Ja, zum Glück, nur die. So, jetzt muss ich erstmal versuchen, gleich die Idioten hier platt zu machen. Uno. Und du bleibst stehen. Lass es. Lass es. Lass es. Oh, zu spät. Ich hasse das. Jedes Mal wirklich. Kurz bevor ich ihn... Na? Ist mir egal. Ich muss das jetzt einstecken gerade mal. Hier. Oh, nice. Zum Glück haben wir auch einen dicken da reingeworfen und nicht einen von den kleinen. Cool. Gute Nacht. Ich bin gerade echt froh, dass wir das noch eins einfach spielen. Wurde benutzt, um ihn einzugelangen. Besorgt die Überwachungsdaten. Habs versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf den Weg. Oh, scheiße. Jetzt haben wir echt Robin da eingeschlossen, wo Scarecrow hin ist. Oh. Wir haben schon einen Robin verloren. Ich hoffe nicht, dass wir den nächsten auch noch verlieren. Herrje, also... Ähm... Wir sind jetzt mittlerweile bei... 94 Prozent. Ich denke mal noch so zwei Missionen, dann ist das Spiel auch durch. Ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn es durch ist, weil so langsam ist es wirklich anstrengend geworden. Und ich will jetzt auch mal... Also die Story ist jetzt noch richtig spannend, so gegen Ende. Aber diese ganzen Drohnenkämpfe und sowas, die nerven mich mittlerweile auch nur noch. Und deswegen will ich es jetzt auch noch schnell durchziehen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann!